Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolff und Marietta Slomka. Guten Abend und plötzlich fällt das Tabu. Seit Kriegsbeginn, seit bald zehn Monaten, wehrten Kanzleramt und Verteidigungsministerin alle Fragen nach deutschen Panzern für die Ukraine ab. Mit den immer gleichen Argumenten. Keine Alleingänge, die anderen liefern auch keine Panzer westlicher Bauart, die sind auch schwierig zu handhaben und außerdem haben wir für uns selbst nicht genug. Und nun geht's doch. Nach einem Telefongespräch zwischen Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden gab es jetzt am Abend eine gemeinsame Erklärung. Es werden amerikanische und deutsche Schützenpanzer geliefert und weitere Patriot-Abwehrsysteme. Von amerikanischer Seite gab es noch eine weitere Botschaft an Putin, dass man sein Angebot, am orthodoxen Weihnachtstag eine Feuerpause einzulegen, für eine taktische Fitte halte. Andreas Künast berichtet. Für die russischen Abendnachrichten ist die Anordnung Putins so wichtig, dass sie Wort für Wort wiedergegeben wird. Waffenruhe am orthodoxen Weihnachten, an allen Fronten der militärischen Spezialoperation, angeordnet vom Mittag des morgigen Tages, 12 Uhr, bis zum 7. Januar, 24 Uhr. Die Reaktion in den westlichen Hauptstädten? Tiefes Misstrauen. Putin wolle den Krieg nicht unterbrechen, sondern gewinnen. Ich zögere, auf irgendetwas zu antworten, was Putin sagt. Er war bereit, Krankenhäuser, Kindergärten und Kirchen zu bombardieren, am 25. Dezember, genauso wie an Neujahr. Ich glaube, er will sich nur etwas Luft verschaffen. Dann geht Biden telefonieren. Mit Paris, mit Berlin, mit Kiew. Putins Angriffe, das Kriegsgeschehen, bewegen den Westen, seine Hilfe für die Ukraine zu verstärken. Die USA kündigen an, den Schützenpanzer Bradley zu liefern. Frankreich kündigt an, den Spähpanzer AMX-10 RC zu liefern. Und Deutschland kündigt am Abend an, nun doch den Schützenpanzer Marder zu liefern, mit dem die Ukraine ihre wiedergewonnenen Gebiete absichern kann, wie es die Opposition seit Monaten fordert. Es geht ja darum, dass die Erfolge auch gesichert werden. Und dafür braucht man neben Artillerie, neben Flugabwehr auch Panzer, Schützenpanzer und Kampfpanzer. Darüber sind sich militärisch alle einig. Es gibt kein militärisches Argument, diese Panzer nicht zu liefern. Das politische Argument gegen die Panzerlieferung haben Macron, haben Biden, dem deutschen Kanzler, heute aus der Hand genommen. Es war Scholz' Mantra. Es wird keine deutschen Alleingänge geben. Wir werden keine Alleingänge machen. Es gibt keine deutschen Alleingänge. Es darf keine deutschen Alleingänge geben. Deutsche Alleingänge wären falsch. Es ist nicht ganz klar, ob der Anstoß für den gemeinsamen Gang, er aus Washington oder er aus Paris kam. In London, bei Baerbocks Antrittsbesuch, hört man heraus, aus Berlin kam er nicht. Wir haben den Horror der letzten Wochen, glaube ich, alle noch direkt in uns. Und deswegen haben sowohl die USA als auch Frankreich gemeinsam überlegt, wie sie besser unterstützen können. Und genauso überlegen wir auch als Bundesregierung wieder aufs Neue, was wir gemeinsam mit unseren Partnern tun können. Der Marder ist kein Kampfpanzer. Von deren Lieferung ist nicht die Rede. Aber er bietet ähnlichen Schutz und ist mit dringend benötigten Lenkflugwaffen ausgerüstet. Aus Russland werden zügeweise Schützen, Spähe und Kampfpanzer in den Kampf gegen die Ukraine gebracht. Ohne Opposition. Ohne Diskussion. Professor Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Professor Masala. Schönen guten Abend, Frau Slomka. Auf diese Panzer hat die Ukraine lange gewartet. Da hat sie lange drum gebeten, fast von Anfang an. Wie erklären Sie sich jetzt diesen Umschwung im westlichen Bündnis? Wie interpretieren Sie das? Ich glaube, der Umschwung ist durch zwei Entwicklungen zu erklären. Zum einen ist er zu erklären, dass in den vergangenen Wochen Russland einen unglaublichen Raketenkrieg gegen die zivile Infrastruktur dieses Landes und gegen die Zivilisten geführt hat. Und keinerlei Anstalten machte, diesen auch irgendwie einzuhalten, sondern man hatte den Eindruck, Russland will die Ukraine in die Steinzeit zurückbomben. Und zum Zweiten ist es sicherlich auch die endgültige Enttäuschung und die Absage an die Idee, dass sich Putin ohne Vorbedingungen oder mit anderen Vorbedingungen als Russland sie stellt, an den Verhandlungstisch begibt, um einen Friedensschuss mit der Ukraine zu suchen. Von etwas, was er ja heute wiederum abgelehnt hat. Und ich glaube, in dieser Kombination ist dann diese selbst gesetzte Linie, Sie haben vom Tabubruch geredet, davon würde ich auch reden, aber diese selbst gesteckte Linie der westlichen Staaten, keine modernen westlichen gepanzerten Systeme zu liefern, die ist dann gefallen. Und das hat zu der Entscheidung geführt, die wir heute erlebt haben. Von Eskalationsgefahr ist jetzt auch keine Rede mehr. Das ist ja genau der Punkt. Also man hat ja immer argumentiert, und Sie hatten die Einspieler ja auch von Olaf Scholz, der ja in Interviews immer gesagt hat, der Marder und der Leo würden eine Eskalation bedeuten. Das Argument war schon nicht mehr haltbar, nachdem man den Geparden und die Panzerhubitze 2000 in die Ukraine geliefert hat. Aber es war noch immer sozusagen das Mantra der Bundesregierung oder des Bundeskanzlers. Jetzt scheint man endlich begriffen zu haben, dass die Lieferung bestimmter Waffensysteme nicht notwendigerweise zu einer Eskalation führt, sondern diese Eskalation ganz allein in der Hand von Putin liegt, egal was für Waffensysteme man liefert oder nicht. Also könnte es eventuell auch noch den Leo geben oder Leo 1 vielleicht dann eher? Ich denke, es ist ein Tabu gebrochen worden. Und dieses Tabu beinhaltet, dass wir jetzt auch, je nachdem wie der Krieg in den nächsten Wochen und Monaten weiterverlaufen wird, auch über die Frage von Main Battle Tanks, also richtigen Kampfpanzern. Das sind ja alles keine Panzer, die richtigen Panzer, die wir jetzt liefern, sondern richtige Kampfpanzer. Im Sinne von Leo 2 oder Leclerc oder Abrahams diskutieren werden. Und wir werden auch sicherlich auch nochmal die Frage diskutieren, ob die in osteuropäischen Staaten noch existierenden alten sowjetischen Kampfflugzeuge, also die MiG-29, nicht auch etwas wäre, was man in die Ukraine liefern sollte. Weil das ist genau das Gerät, das die Ukraine in dieser Phase des Krieges dringend benötigt. Die Ukraine wollte ja auch eben diese Schützenpanzer und Spähpanzer haben, also eben keine schweren Kampfpanzer, aber die bringen Infanterien nach hier und dort und haben auch ziemlich dicke Kanonen dabei. Warum ist Ihnen das so wichtig? Da geht es doch nicht mehr nur um etwas zu halten, sondern da geht es doch wahrscheinlich auch darum, nach vorne zu kommen, also in die Offensive zu kommen. Richtig. Es geht hier vor allen Dingen sozusagen darum, bei den Offensiven besser operieren zu können, Soldaten schneller und Soldatinnen auch schneller sozusagen zu Punkten zu bringen und besser geschützt zu Punkten zu bringen. Ich meine, wir haben ja Bilder aus der Ukraine, wo Soldatinnen in Pickups an die Front gefahren werden. Das ist natürlich ein untragbarer Zustand zum Schutz der eigenen Streitkräfte. Dieser ist jetzt wesentlich verbessert und durch den französischen Spähpanzer kann das gegebenenfalls dann auch nochmal feuermäßig abgesichert werden. Also von daher wird jetzt Material geliefert, das die Ukraine dringend benötigt, für ihre Offensiven und Gegenoffensiven in den nächsten Wochen. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes hatte ja angekündigt, im März werde man eine Frühlingsoffensive beginnen. Nun sind solche geheimdienstlichen Botschaften auch immer mit Vorsicht zu genießen, was dahinter steckt. Aber da müssten sich aber jetzt dann die Bundeswehr auch beeilen, um die Ukraine an den Mardern auszubilden. Also nach den letzten Informationen soll die Ausbildung abgeschlossen sein im ersten Quartal 2023. Und dann sollen die Ukrainer mit dem Gerät sozusagen nach Hause gehen und es dort einsetzen. Und das ist in der Tat richtig. Also Zeit ist hier der kritische Faktor. Das Gerät muss relativ schnell in die Ukraine kommen. Ich meine, nicht nur die Ukrainer wollen Offensiven machen. Die Russen bereiten auch wiederum Offensiven vor, die aller Wahrscheinlichkeit nach im Frühjahr stattfinden. Die Ausbildung muss schnell erfolgen. Das Gerät muss schnell in die Ukraine kommen. Ansonsten laufen wir wieder in die Falle, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, aber viel zu spät sozusagen das Material in die Ukraine bringen. Dann hat ja Putin diese Feuerpause, diese weihnachtliche angeboten. Und da sagen die Ukrainer, also auch Kollegen von Ihnen, Professorin für internationales Recht, das ist eigentlich nur eine Finte. Das ist so eine Art Kommunikation in den Westen, um jenen, die auch mit diesen Waffenlieferungen Probleme haben, zu signalisieren, wir sind ja eigentlich ganz gesprächsbereit. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich teile das. Also es ist zum einen zynisch angesichts der Tatsache, und Joe Biden hat das ja in ihrem Bericht erwähnt, also dass am 25. Dezember Kinderkliniken bombardiert worden sind, dass Silvester Raketen auf die Ukraine herunterhagelte, jetzt sozusagen diese einseitige Feuerpause anzukündigen. Ich glaube, das ist motiviert, einmal, um natürlich den Kritikern dieser Waffenlieferung jetzt Munition zu liefern, zu sagen, seht ihr, die Russen bewegen sich, sie rufen eine Feuerpause aus, das haben wir immer gewollt, jetzt lasst uns gucken, was man daraus machen kann. Zum Zweiten ist es sicherlich eine Kommunikation nach Russland hinein, dass man das orthodoxe Weihnachtsfest respektiert. Und zum Dritten hilft es natürlich auch, wenn diese Feuerpause eingehalten werden sollte, auch von den Ukrainern, was natürlich nicht erfolgen wird, aber dann ungestört sozusagen weiterhin Material und Mensch an die Front zu bringen. Und der vierte Punkt ist, und das haben wir ganz oft in Kriegen und Bürgerkriegen gesehen, diese Feuerpausen sind unglaublich brüchig. Also da braucht es nicht viel, damit man die Gefechte wieder aufnimmt. Von daher, alles in allem, glaube ich, das ist einfach eine zynische Finte von Putin und seinen Getreuen, um hier ein bisschen Zeit zu gewinnen. Herr Masala, danke Ihnen für das Gespräch. Und dann schalten wir jetzt noch nach Berlin. Zu unserer Hauptstadt-Korrespondentin Shakuntala Banerjee. Shakuntala, wir wollen uns nochmal die innenpolitischen und hier deutschlandpolitischen Abläufe näher ansehen. Diese Kehrtwende des Kanzlers. Man hat so ein bisschen Eindruck, halb zog man ihn, halb sank er hin. War das doch abgestimmt in irgendeiner Form mit Paris? Oder wurde das Kanzleramt von Macron gestern ziemlich überrascht? Wie ist deine Einschätzung? Also aus der SPD war heute zu hören, dass die Partner schon seit Dezember allgemein im Gespräch gewesen seien über weitere Unterstützung für die Ukraine und dass man nicht überrascht worden sei von Macrons Vorstoß. Allerdings muss man sagen, wenn es wirklich eine gemeinsame Entscheidung gewesen ist, dann war es keine besonders gut abgestimmte gemeinsame Kommunikation. Denn gestern hat sich die Bundesregierung erst einmal nicht geäußert zur Erklärung von Emmanuel Macron. Heute gab es dann das Telefonat des Bundeskanzlers mit dem amerikanischen Präsidenten und danach die allgemeine Willenserklärung, dass man also Marder liefern werde. Es gab keinen Zeitplan, es gab keine Zahlen dazu. Und wenn man sich so umhört in eingeweihten Kreisen, dann scheint auch noch nicht klar zu sein, woher diese Marderpanzer dann kommen. Ob sie von der Bundeswehr direkt geliefert werden, ob sie vom Hersteller geliefert werden. Das sind alles Fragen, die man bei einer gut vorbereiteten Entscheidung vielleicht auch hätte beantworten können. So bleibt jetzt momentan noch der Eindruck da stehen, dass Macron vielleicht doch vorgeprescht ist. Nun gab es in der SPD ja, gibt es vielleicht auch noch immer große Vorbehalte, gerade auch gegen Panzerlieferungen. Wird dann Scholz dort jetzt plötzlich dann doch die Zustimmung für diesen Schritt finden? Ja, tatsächlich war ja die SPD die einzige Partei in der Ampelkoalition, die sich da noch wesentlich gesperrt hat. FDP und Grüne hatten ja schon lange gefordert, dass man die Ukraine auch mit Mardern unterstützt. Und die Grünen haben das heute auch schon begrüßt, den Schritt. Und auch in der SPD tut sich offensichtlich etwas. Der Verteidigungsexperte der SPD, Helmich, hat den Schritt heute auch schon begrüßt. Er hat allerdings darauf hingewiesen, dass es eben wichtig ist, dass er im Kontext mit den Bündnispartnern geschieht. Und der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, hat sich dem auch angeschlossen. Er hat das Ganze situationsgerecht genannt und hat aber auch noch mal die Abstimmung mit den Partnern betont. Also es scheint so, als hätte Olaf Scholz es geschafft, seine Partei einzuschwören, eben auf seine Linie Entscheidungen nicht im Alleingang zu treffen. Aber wenn die anderen westlichen Verbündeten mitgehen, dann eben auch nicht zu blockieren. Die Frage ist, gilt das jetzt nur für den Marder? Oder wird sich die Partei auch anschließen, wenn es jetzt dann demnächst möglicherweise darum geht, mit Forderungen umzugehen nach weiteren Panzerlieferungen, zum Beispiel nach Leopardpanzern? Allerdings, Dankeschön für die Einschätzung. Und dann blicken wir jetzt nach Rom.